Es war unterschiedlich und die krasseste Reaktion von einer Freundin, die mir immer offenen Gedanken austauscht hat, hat gesagt, bist du beim Metzger gewesen? Da habe ich gesagt, nein, ich habe das Body gemacht. Hi, my name is Claudio Moldavan, I'm from Malmö, Sweden and I got rid of 7.8 kilos in my weight and 7 cm around my waist. Hallo, ich heiße Andrea Guditsch und ich komme aus Ungarn. Ich habe 23 cm von meinem Bauch verloren, ca. 10 cm von meinem Oberschenkel verloren und ich habe auch ca. 25 kg von meinem ganzen Körper verloren. Ich heiße Liliana Nili und ich wohne in der Schweiz. Ich habe mit der Challenge 16 kg verloren und 19 cm in der Talie. Mein Name ist Maria Säf, ich bin von Schweden. Ich habe 40 kg und 29 cm verloren. Mein Name ist Mikael Säf, ich bin von Schweden. Ich habe 15 kg verloren, 14 cm around the waist. Und total, wir haben 55 kg und 44 cm verloren mit dem Bauchprogramm. Und in fünf Jahren habe ich dann meine Tochter bekommen. Ich habe noch mehr zugenommen. Und nach ein paar Jahren haben die Leute immer gefragt, Andrea, sind Sie wieder schwanger? Bekommen Sie wieder ein Kind? Ich bin vierfache Mutter, ich bin berufstätig. Ich brauche eine Energie und ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert, wo ich dann keine Energie mehr habe. Wenn ich zu Hause war, haben die Kinder mich gefragt, Mama, darfst du so viel essen? Und ich habe gesagt, ich muss essen, ich muss arbeiten, ich habe Aufgabe, ich kann mich nicht vernachlässigen und während dem Bodyplan. Ich habe wirklich viel gegessen und ich habe nie Hunger gehabt. Und ich habe extrem Energie bekommen. Und ich habe hier die Unterwache. Ich habe hier eine Haarbe. Ich habe ein Glück gehabt, zu schützen, die du vergessen hast. Ich habe hier eine Hüsteetelung in deinem Be� sagen. Ich habe hier eine Fähigte mitgebracht. Aber in diesem今回 ist es eine eigene Frage, mit dieser Waffe, und einer je nachkommen zu nutzen. Nein, es war kein Wettbewerb. Es war nur ein Spaß, um es zusammen zu probieren. Ich glaube, es war ein bisschen Wettbewerb, weil meine Schöner hatte so großartig. Ich war ein bisschen gelös. So, wenn ich die BODY-Challenge bin, habe ich es, um mich zu inspirieren und zu fühlen, um mich zu fühlen. Ich habe nicht wirklich erwartet, dass ich in Gdansk bin. Aber, als ich hier bin, habe ich herausgestellt, dass es eine perfekte Möglichkeit war, zu sehen, auf der inside und auf der outside. Und ich meine, warum nicht eine Modelle für fünf Sekunden?